Die deutsche Oktoberrevolution war tatsächlich etwas, was man 1923 für möglich halten konnte. Die Franzosen und Belgier besetzten das Ruhrgebiet. Es gab den passiven Widerstand im Ruhrgebiet. Die Inflation erreichte astronomische Höhen im Jahr 1923. Es gab überall Unruhen, im Rheinland sogar Separationsbewegungen, die sie vom Reich abspalten wollten. Es gab in Bayern rechtsradikale Umtriebe, die dann später im Novemberputsch von Hitler und Ludendorff mündeten. Das Land war im Grunde, wie Lenin gesagt hätte, wenn er noch gesund gewesen wäre, war faktisch sturmabgeschossen. Und die Kommunisten, aber auch die Bolschewiki in Petrograd und in Moskau hatten das gut begründete Gefühl, dass man es jetzt wagen könne. Dass jetzt der Moment gekommen sei, wo sich die nationale Empörung der Deutschen gegenüber den Franzosen und den Belgiern und die sozialen Unruhen zu einer Revolte verbinden könnten. Und so wurde im Sommer 1923 in Moskau der Beschluss gefasst, der ging vor allem von Trotsky und von Karl Radek und anderen aus, die Revolte in Deutschland zu wagen. Das sollte nach dem Modell der Oktoberrevolution, sollte sich das vollziehen. Vor allem setzte man auf die Kommunisten in Thüringen und in Sachsen, die nämlich an der Regierung beteiligt waren damals, und auf die Kommunisten in Hamburg und im Ruhrgebiet. Interessanterweise war Stalin der einzige im Politbüro, der das nicht wollte, weil er darauf gar keine Hoffnung setzte und weil er pragmatisch damit umging und glaube ich ganz richtig einschätzte, dass die Sowjetunion diesen Sozialismus würde alleine aufbauen müssen. Und so kam es auch und es kam deshalb so, weil die Aktionen vereinzelt waren, sie waren nicht koordiniert. Die Unruhen in Sachsen, in Thüringen, blutiger Arbeiteraufstand, Kommunistenaufstand in Hamburg und im Ruhrgebiet. Und es konnte deshalb nicht gelingen, weil die Aufständischen im Gegensatz zu den Rechten eben keine Verbindung in die Reichswehr hatten. Die Sozialdemokraten hatten die Reichswehr unter Kontrolle. Es wurde der Ausnahmezustand über das ganze Reich verhängt durch Friedrich Ebert. Und indem der Ausnahmezustand verhängt wurde über das Reich, konnten Kommissare die Regierungen in Sachsen und Thüringen ersetzen. Und der Aufstand in Hamburg konnte blutig niedergeschlagen werden. Und da zeigte sich an diesem Beispiel, dass die Kommunisten isoliert waren. Sie waren komplett isoliert und sie hatten keine Möglichkeit, wie die Bolschewiki 1918, die Waffen der Soldaten in ihre Hände zu bekommen. Die Reichswehr war verkleinert worden. Das war im Grunde ein Berufsheer. Und im Gegensatz zu dem Heer, das die Bolschewiken unterwandern konnten 1917, waren das keine Wehrpflichtigen mehr und keine Arbeiterkinder mit Gewehren in den Händen. Und diese professionelle Reichswehr wurde mit diesen Aufständen relativ schnell fertig. Und das hat man in Moskau falsch eingeschätzt. Und man kann sagen, dass mit dem Ende dieser Revolte auch der Traum von der Weltrevolution zu Ende war. Und dann rief Stalin nach Lenins Tod den Sozialismus in einem Lande als die neue Parole aus. Und damit war klar, dass sie auf die Weltrevolution verzichten würden und sich auf die Sowjetunion selbst konzentrieren würden. Und das hat auch den Charakter des Sozialismus in der Sowjetunion vollständig verändert, weil er seinen internationalen Bezug mehr und mehr verlor. und das hat auch den Charakter des Sozialismus in der Sowjetunion. Untertitelung des ZDF, 2020